Untersuchungen haben auch ergeben, dass sich das Partyverhalten der Jugend geändert hat. Die Diskobetreiber sagen sogar, dass eine ganze Diskogeneration verloren gegangen ist. Wie sehen denn Sie das? Also ich kann jetzt nur für meine Region sprechen. Und bei uns im Mühviertel hat sich das Partyverhalten überhaupt nicht verändert. Die Jugendlichen haben sich vor Corona in der Garage vom Schwänzberger Seebau gesoffen. Die Jugendlichen haben sich während Corona in der Garage vom Schwänzberger Seebau gesoffen. Und jetzt saufen sich die Jugendlichen auch wieder in der Garage vom Schwänzberger Seebau. Ich glaube, wir bleiben hängen auf der Frage. Ich habe ja nicht gewohnt, Peter. Ich werde sehen, wie es gleich wird spielen. Was ist mit Schwerdlosen? Das ist ja schrecklich. Schauen wir mal die eigene Show-AP. Ja, 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 das wird nicht leichter werden. Ja, ja, ja. Schon drehen.